Viele Menschen fragen mich momentan, ob ich zum Beispiel zurückgehen kann nach Syrien, einfach wenn der Krieg zu Ende ist. Und dann sage ich immer, wenn ich diese Möglichkeit meine Freiheit genauso zu haben dort in Syrien oder egal wo, dann habe ich damit kein Problem im Ort zu leben. Das heißt, Freiheit ist es jetzt irgendetwas, was ich nie ohne den Leben kann. Und vor allem ist auch, es gibt kein Wort, das die Freiheit beschreiben kann. Und die Freiheit ist es, dass ich einfach meine Meinung ausdrucken kann ohne Angst zu haben, dass irgendjemand mich verhaften würde. Die Freiheit ist mir sehr wichtig, dass ich einfach meine Gedanken ausdrucken und ich weiß, dass ich damit auch niemand verletze, weil das ist einfach meine Freiheit.